Episode 24 – Enger Kontakt Die Gefangenenbefreiung, eine Mann und eine Frau Scheinen Ärzte gewesen zu sein, aber wir sind Ärzte Die können mir endlich berichten, was im Devils Haus passiert ist Holen Sie die beiden Zivilisten raus! Los geht's! Auf geht's! Los die Hops! Noch ist es dunkel! Noch haben wir eine gute Taunung Überall Außenposten Oh Gott, es wird sicherlich nicht einfach die rauszuholen Was ist denn hier hoch? 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 Wachenertrappen, aber auch richtige Wachen Die Map hat, die Map hat aufgeteilt Du musst sie helfen Da sind sie Aber hier sind überall Wachen Vielleicht kann ich mich von hinten reinschleichen Ich habe eine bessere Tarnung Ich weiß, wie ich das mache Ist der auf Tarnung? Jetzt durch! Das ist perfekt Moment! Wo geht er hier hin? Meine Tarnung lässt nach Er ist geflohen Angelegenheit Die Map hat aufgeteilt Hey! Kumpel! Wohin deswegs! Ich bin hier um dich zu befreien Also leg dich hin Der Junge Guck, dass du getötet bist Und werp! So... Ich bin hier um mich zu befreien Ich wurde hier um mich zu transportieren und sete up equipment und aufgeteilt und examine die Patienten da Aber ich habe nie gedacht Was war das? Ich habe nie gesehen diese Symptoms vorher Und das Behandlung Es gab keine Behandlung Es gab keine Behandlung Es war wie wir Wir waren ein pathogen Sie sind hier Sie wissen nichts Sie haben nie gesehen diese Behandlung Ja Ja Ich bin hier Fantasie Ja Du kommst erstmal raus Kumpel Du kommst erstmal raus Kumpel Okay Sie haben bemerkt dass der Mann fehlt Jetzt die Frau Ja ja Das Problem ist nur Sie wird jetzt wahrscheinlich schärfer bewacht Das war ich doch Ich doch Verdammt Sie steht auf Boah Sie wollen sie sie wegschaffen Verdammt Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut Das ist gar nicht gut Ich muss sie irgendwie ablenken Da kommen noch mehr Da kommen noch mehr Was ist los? Ja Genau das ist los Noch einer der down geht Alle sind müde Alle sind müde Okay Schnappen wir uns die Gefangene und verschwinden Mist Mist Oh nein Die Sonne geht auf Oh nein Komm schon ich muss mich beeilen Sie ist aufgeladen Oh nein Die Sonne geht auf Oh nein Komm schon ich muss mich beeilen Oh nein Du sollst nicht Okay Wir machen einen kleinen Ausflug kleine Los geht's Oh shit Okay Okay Oh Festhalten festhalten Ja Oh nein Wow Okay Jetzt müssen wir dich nur noch rausbringen Das war eine gelungene Gefangenenretung Oh Ah Okay Aussteigen Okay kleine Kein Problem Erstmal rauskommen Du weißt Du hast mich gekommen Ich habe mich immer gefragt Ich habe diesen Mann hier gefährliche Arbeit Ich liebe ihn alle Sekunden Okay Na gut Ich hole den Hubschrauber Support Helikopter Requested Du gehst nicht per Luftpost Du kommst mit mir Wir hauen ab mit dem Hubschrauber Die Mission ist schon wieder erledigt Zu einfach HK HK Das sind wir Und hier die Fans Und hier die Fans Und hier den Wegmann Kontakt für Leute nach Kreisfield Eher kann noch ihre Aufgabe weg Hehehe Vollidioten Sehr schön Sehr schön Okay Dann verschwinden wir Ja Wir rennen mit dir Natürlich Ich bin schon auf dem Weg wieder nach Hopps Exfiltraten Das ist es Du hast es aus der Hoppszone Kein Beweis Kein Beweis Mission complete, Boss Perfekt Perfekt Sterfig Ohne Probleme So muss ein Auftrag laufen Extraction Arrived At Mother Base Boss Staying on the battlefield Der 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 für einen Schraub, einmal in einem Zeitraum. Diamond Dogs, Mother Base. Der Boss ist zurück. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, Chief. What's the matter? Was is los? Quiet. Let's go. Whoa. Let's go. Let's go. Let's go. Stop this. Now! What the fuck, you freak! Give me a hand! Hold her still! Dismissed. Why did she do that? Why did she do that? Why did she do that? It doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tighten security on her cell. This happens a second time. There won't be a third. Wait. I've heard. Well, this was a weird. Let's go. Jetzt ist sie wieder hier drin. Ja, das hast du dir selber zuzuschreiben, Quiet. Was sollte das? Okay, Quiet können wir mal vergessen, wieder mitzunehmen. Okay, steigern wir ein bisschen die Moral. Jawoll. Was ist das? Alles klar, machen wir ein bisschen Schießübungen. Oh Mann, das sind ja schon viele. Okay, und hoch. Vielleicht nehme ich mal eine andere Waffe. Geht gar nicht, okay. Zack, zack, komm schon. Okay. Hoch oder runter? Ich weiß nicht. Da drüben ist keiner. Da ist noch einer. Da drüben. Und geschafft. Sehr schön. Jetzt noch die Moral stärken. Ja. Gut gemacht. Weitermachen. Junge, Junge. Meine Mother Base wird immer riesiger. Und riesiger. Ganz schön groß, Mann. Okay, das war ein bisschen Training. Jetzt geht's wieder zu einer Mission. Ja, ja. Was haben wir denn hier? Was ist noch in der Arbeit? Okay. Und wo geht's hier lang? Äh, hallo? Hallo? Wer bist du denn? Wow. Snake? Das ist nicht möglich. Pass. Das ist richtig. Es ist sie. Was ist die Bombe? Wir konnten die Explosiven entfernen. Beide sie. Bombe! Nein, nein, nein. Nein, nein. Es ist okay. Es ist ein anderer in mein... Es ist okay. Wir haben es aus. Nein, nein. Aber sie ist doch in die Luft geflogen. Boss? Mom, ich bin ein bisschen. Alles klar, wir haben es raus. Es ist noch ein... ... in meinem... Es ist okay, die andere Bombe... Wir müssen... Nein! Was? So war das also... ... und so konnte sie überleben. Sie hat das Wasser hart... ... aber irgendwie hat sie zu überleben. Auf jeden Fall... ... der Schock hat eine Art Amnesie gemacht. Snake, wo ist Professor Galvez? Du meinst... Ja... ... sie ist noch eine Art 1974. Sie hat keine Erinnerung... ... bevor das auch... ... Cypher... ... KGB... ... nichts. Es sieht aus wie eine Art Dissoziative Disorder. Dissoziative Amnesie... ... wo die Erinnerungen sind, um zu schützen... ... und Dissoziative Identity Disorder... ... wo alle Persönlichkeiten verändert. Was wir sehen... ... ist eine Kombination der beiden. ... sie wirklich glaubt... ... sie ist nichts mehr... ... als eine Studentin... ... in 1974. Peace Day was a lot of fun. I hope we can do it again. Come on... ... sie reagieren... 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 ... sie reagieren. Sie sind etwas zu zeigen... ... Snake. Hm, sie hat überlebt. Also hat der Raketenwerfer den Hubschrauber runtergeholt und mir die Teile in den Kopf gerammt. Naja. Puff ist am Leben, hätte ich ja nicht gedacht. Auf geht's zur nächsten Mission.